Ich weiß es, ich weiß es, Sie sehen zauberhaft aus. Wie halten Sie sich fit? Ich mache jetzt seit neuestem Sport tatsächlich. Ich hätte es nie gedacht, dass ich diesen Satz mal sagen würde, aber es ist so. Ich mache tatsächlich Sport und das bringt dann schon ein bisschen was. Darf ich genau fragen? Also Sport ist ein weites Feld, Kickboxen? Ach Quatsch, da kommt eine Frau zu mir und quält mich einfach eine Stunde dann. Und dann geht sie aber auch wieder. Und dann bin ich kurz gut gelaunt, aber dann schon wieder schlecht gelaunt, weil sie morgen wieder kommt. Also so klassisch Personal Trainerin? Ja, ja, ja. Was sind die Dinge, die Sie gern machen bei dem Sport und was sind die, die Sie hassen? Ich mache gar nichts gerne beim Sport, aber ich mache es trotzdem. Also Sport ist M, hat immer der Churchill gesagt. Naja, nicht Mord, aber Sport ist einfach nicht so meins, nach wie vor. Das Jahr neigt sich dem Ende. Was sind die Wünsche und Träume für Ihre zauberhafte Zukunft? Auch meine Zukunft kann einfach für immer so bleiben, wie sie ist. Ich liebe mein Leben. Ich habe heute wieder da hinten gesessen während der Verleihungen, habe immer zu den Leuten, die mit mir da waren, gesagt, Oh Gott, ich mag meinen Job so gerne und ich finde es so toll. Und ich hoffe, dass es noch eine Weile so weitergeht. Ich hoffe, dass meine Zeitschrift weiterhin so erfolgreich ist, wie sie jetzt gerade ist. Das wünsche ich mir und alles andere kommt sowieso.